Untertitelung im Auftrag des ZDF Wenn es ins Haus hineinfließt Du Scheiße, ja optimal Ah ja Schatz auf den Fußschleid hoch Ne, ich kann das nicht nachvollziehen Noch einen Klinker? Huh? Ne, lass mal Hast du den Logo? Ja Das ist schon Wahnsinn Die ganze Körlosenzülle, ne? Das ist schon Wahnsinn Die ganze Körlosenzülle, ne? Das ist schon wieder eine Bodenfreiheit Bis zu 6 cm Ich meine, da ist auch noch durchgekommen Da war es aber nicht dran Ja Aber hier vorne wird es wahrscheinlich richtig, ne? Ja, da sind gerade am Stehen Guck mal, hier ist das Haus mit unter Wasser Das ist auch eine schöne Aufnahme Wenn wir uns doch beim Bier fast hinstellen Nochmal Mhm Mir geht's ja Mir geht's gerade mal, ne? Mach schnell selber, komm Ja Gen northwestern In Jungs Da Ja Da Ja Vielen Dank.